Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Treppen runter dann. Dann lande ich automatisch da. Das Raum ist ganz warm. Hier ist ja auch noch was rot. Am Empfang. Warte, da liegt das Brett noch. Da liegt das Brett noch. Ansonsten? Der Presseraum wird ja auch nicht mehr rot angezeigt. Obwohl, sind die Verstecke jetzt rot oder nicht? Da werden die Verstecke noch mit als rot gekennzeichnet. Da sind die Verstecke noch. Hier ist nichts versteckt. Sonst hätte da schon irgendwas geblendet. Ach toll. Mit dem wird steigt die Sicht der Seite hier. Das Messer ausrüsten. Nicht die Granate. Und jetzt ist Wasser gekauft. Ich hatte ja noch hier einen Verdacht gehabt. Aber hier war kein Schreibtisch. Hier gab es früher nämlich beim ersten Resident Evil. Ach doch, da steht das Radio. Das eine auf jeden Fall. Ähm. Ich möchte aber zu D-Presseraum. Schau mal runter. Schau mal runter. Gut. Ne, hier komme ich ja zu Tiefgarage etc. Da will ich ja gar nicht hin. Da stehen die ganzen Mikros. Das hier dachte ich eventuell. Hier ist noch was zum. Was zum. Was zum. Was zum. Was zum. Was zum. Was denn jetzt. Komm. Oh. Ne. Schieß daneben. Ja hier ist das Radio. Alles klar. Benzin. Das ist voll. Für den Flammen. Ja einfach. Sehr gut. Wetter. Wupp. 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 Ich. Wupp. Wupp. Scheiße. Statt da gerade einer. Ich hätte den Flammenwerfer doch wieder mit ihm gleich nachladen. Ich habe noch einmal Einmal von allen ein bisschen von nichts zu viel schade und mir fehlt noch diese eine das kann jetzt eigentlich nur diese königsfigur sein aber das hält mir da echt nicht mehr zu so SZF Ist das eventuell für den Schrank oben? Lauf ich erstmal zum Schrank. Ähm, der lang glaube ich. Wüsste alles dood sein. Da sind die Dinger schon wieder. Aber ich kenn's ja manchmal, können sie wieder im Klasse sein. Und dann kommt der Dinger auch noch irgendwann wieder. Ja. Ja. Wüsste alles dood sein. Wüsste alles dood sein. Wüsste alles dood sein. Ein bisschen mehr reinpacken können. Ein bisschen. So. Ähm. Ja. Ne. 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 Hier dann. und da komme ich ja noch nicht rein Moment, hier habe ich angeblich noch nicht alles durchsucht? Was soll ich denn hier bitte noch nicht durchsucht haben? Achso, weil da noch das eine rote Kaut liegt oder? Nee. Und weil der Eingang zur Station... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. War aber sonst nichts. Also, muss ich diese Filmsfigur noch irgendwie kriegen. Aber wie kriegen die? Ja. Ja. Das Elektro-Teil brauche ich noch. Ja. 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 Das ist so da oben. Ja, das war ja woanders hier. Bin ich jetzt? Achso, das ist... Da komme ich noch nicht hin. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich diese Figur fische. Ich weiß nicht, wie ich dich... Ja. Entwache sehr. Die Schlange sind gut, diese Fl Istanbul ausgeschlossen wird. Hier ist es eine für die Sch perturbation. Sie haben einen Schwerpunkt aufgeschlossen. Die Schwerpunkte ist gut, das verstehst du die Flamm. Die Schlange, die Flamm in der Flamm in der Flamm. Daher geht es um zu glühen. Die Flamm in der Flamm in der Flamm. Die Flamm in der Flamm. Die hätte ich ja mitnehmen können, ich Idiot. Ich weiß nicht, wie kriege ich die denn? Ach ja, hätte sie ganz einfach mitnehmen können. Und, wurde jetzt wieder was gecheckert, wieder neue Leute hier, versteckt nicht? Ich sag mal lieber nichts. Was muss ich da? Kann ich da rein? Ja, da komm ich ja auch zur Überwachung dazu. Ich hab den Weg nicht komplett aus dem Raum brauchen. Speichern bevor die Hölle losbricht, vermute ich mal. Die Sonne vermute. Wenn das jetzt alles richtig passt, dann müsste ich hier tatsächlich der König einfach reinmachen. Komm schon. Ähm, wunderbar nicht. Hm. Also, der muss da rein. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Also, Turm und Springer an derselben Wand. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Also, Springer, Läufer und Dame nicht nebeneinander. Das bedeutet, Dame muss hier rein. Also, hier muss der Turm rein. Also, hier muss der Turm rein. Turm. Und hier der Läufer. So, Dame und Turm liegen nicht gegenüber. So, das bedeutet, Dame muss hier rein. Und der... Und der... Und der... Und der... Und der... Und der hier rein. Und der kriegt dich. Aber, Moment. Dame und Turm liegen nicht. Und liegen sich gegenüber. Aufwand. So. Okay. Ich bin fast da, Ada. Ich brauche aber noch mal. Ich bin fast da. Das ist ein bisschen viel Heilzeug. Also Ada ist hier hinter, ne? Ja. Ich probiere jetzt erstmal die Schalter. Ach, hätte ich sowieso die Schalter erstmal machen müssen. Mit Strom. Ich dachte, da geht das Tor mit auf oder so. Was? Oh mein Gott! What the heck? Oh... Was ist das? Das war's für heute. Oh Gott! Wo ist das? Langverdammt! Wo muss ich hin? Jetzt hab ich dich! Okay, da hätt ich nicht hin gelaufen, richtig? Okay. Chris, bist du da? Okay. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Ich hoffe, den bin ich los. Nee. Mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht. So, ey, da. Wie kommt's? Äh, ich komm. Komm schon. Da. 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 Da, wo bist du? Ich bin hier. Da. 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 Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach. Ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Ach. Ich weiß nicht, was da so alles dabei hat. Lass doch. Ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Okay. Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du's hier raus schaffst. Solange du noch kannst. Ich werd dich nicht hier lassen. Nicht so. Er ist halt einfach alt. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übel, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du wirst mich beschützt? Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif mal in der Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor. Direkt unter uns. Unnet hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, ma'am. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Mhm. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer. Wir sind fast da. Aber das gibt's da. Das ist es gar nicht. Besuch. Die Bedürfnisse sind sich jetzt raus. Bist du da? Bis zum nächsten Mal! Jensein hinten. Ich bin fast da. Aber das ist sinnvoll. Das ist auch interessant. Und wie geht es denn in der Schulterauschuss schlimmer als es aussieht? Also eigentlich geht es mir hundeedelnd, aber ich drücke es weg. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Da redest du gerade eben schon. Was kommt da los? Wir kommen eventuell nicht zurück. Ja, Munition 15, Schuss sind da noch. Die sollte ich nochmal eben schnell holen. Das ist sicher. Ja. Wir kommen eventuell nicht zurück, sagst du. Nein, bin ich nicht. WB-Berli. Halt schon rum. Da hält man sich. Wir laufen wegen 15 Schuss Pistone. Also. Hier soll 15 Schuss Pistone-Modition rumliegen. Na wo? Das ist echt Survival hier. Immer auf die letzten Schüsse. Alles muss zu denken. Über den Überwachungsraum. Ja, der Videorekard, aber den habe ich ja benutzt. Warum soll ich davon jetzt noch wieder was mitnehmen? Und der ist auch noch rot und ich weiß nicht warum. Da muss ja irgendwas im Raum noch sein. Soll ich den jetzt wieder mitnehmen oder? Soll ich die einfach mal alle in die Kiste packen? Man weiß ob ich die nochmal brauche. Soll ich das aufpassen? ich glaube nicht das ist aber mit dieser video recorder habe ich ja offen schon angeguckt das band sonst ist hier doch nichts oder so jetzt nicht mehr weil die dinge hier noch drinnen stecken der hier bedroht einen zack weil der zombie dahinten lag ist auch weg